Wir erwarten für den heutigen Tag die Fortsetzung einer Gegenbewegung und damit herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Ausblick auf die Märkte. Was hat gestern schon angefangen? Gestern als ich das Marktgeflüster machte, da sah das für den Euro noch ganz bitter aus, aber dann kam die Drehung und das zeigte, die Gemeinschaftswährung will nicht weiter runter. Das gilt auch für andere Währungspaare oder für andere Währungen gegenüber dem Dollar und das gilt wohl auch für die Rohstoffe und das zeigt, dass wir hier möglicherweise erstmal eine Gegenbewegung sehen und für den DAX könnte das bedeuten, ein stärkerer Euro, so es denn kommt, das wäre nicht das allerbeste, könnte den deutschen Leitindex ausbremsen. Schauen wir uns mal an, was die Asiaten gemacht haben, der Nikkei Viertelprozent im Minus, Hang Seng 0,2 im Plus, in Shanghai geht es wieder kräftig nach oben knapp 2% und Australien plus 0,71% hier bessere Arbeitsmarktdaten als erwartet. Da war eben auch die gestiegenen Rohstoffpreise gestern ja Dramatik durch diese Fiemen-Aktion einer Hamburgerin. Woher kommen sie sonst, wenn nicht aus Hamburg, kann man fast fragen. Das war ein hochinteressantes Event, das man hier hat beobachten können. Da war eine gewisse Dramatik erkennbar, auch die Märkte haben das durchaus mit Gelassenheit erstmal genommen. Zumindest die Aktienmärkte am Devisenmarkt allerdings, da scheint sich eine neue Orientierung breit zu machen, denn es sieht danach aus, dass zumindest die Spekulation des Marktes, dass im Juni zumindest die FED die Zinsen nicht anheben wird, denn die Daten, die werden immer schlechter in den USA. Gestern Industrieproduktion schwach, New York Empire State Index schwach, also der Reigen der schwachen Daten setzt sich fort. Schauen wir uns mal an, was heute an Daten ansteht. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Baubeginne und Genehmigungen 14.30 Uhr jeweils und um 16 Uhr der Philadelphia FED Index. Also nicht so die ganz erste Kategorie an Daten, aber eben aus der zweiten Reihe durchaus interessante Dinge und wie manches heute zu verstehen, einzuordnen und zu interpretieren ist, das sehen Sie wieder bei Finanzmarktwelt.de. Jetzt schauen wir rein in die Charts, gucken wie die Dinge sich hier entwickeln. Das ist der DAX, wie er sich gestern uns dargestellt hat. Ja, wir kommen hier nicht über die Schiebezone unter der 12.400er Marke raus. Hier dieses Tief im Bereich 12.180, das dürfte entscheidend sein. Da sind wir 50 Pünktchen knapp drüber. Wir dürften einen Ticken leichter, einen Ticken höher eröffnen als hier diese 12.228, die Sie hier sehen. Allerdings nicht wirklich viel. Wenn wir hier durchrutschen, dann kann es eben auf die 12.135er 50er Zone gehen. Dieser ehemalige hartnäckige Widerstand, der dann geknackt worden ist. Schauen wir uns mal die US-Indizes an. Hier sehen wir den Dow Jones. Daher hier eine leichte Erholung, wie wir sehen, nach den Rückgängen, die wir dann wieder mal gesehen hatten im späteren Handel. Sieht der momentan noch ordentlich aus. Hier aufwärts Trend allerdings mit großer Nervosität zwischendurch. Da ist wirklich eine Menge Action. Schauen wir uns mal den Euro-Dollar an, der gestern hier diese Trendwende verzogen hat. Das sah hier wirklich schlecht aus. Aber dann ging diese starke Kerze nach oben. Nächstes Ausruhen dann heute Nacht im asiatischen Handel. Das waren die Chinesen wie immer um zwei Uhr etwa, wenn die anfangen, dann knallt. Und da ging es hier rauf. Dann jetzt das Ausatmen. Aber wir gehen davon aus, dass der Euro hier weiterlaufen kann. Das gilt im Übrigen auch für das Gold. 1201. Hier waren wir auch schon wieder höher. Aber wenn wir nochmal zurückkommen zum Euro, das sieht uns jetzt so aus, als würden wir hier wirklich die Chance haben, nach oben zu kommen, hier weitere Geländegewinne zu verzeichnen. Liegt auch am Öl. Das ist das amerikanische Crude Oil auf dem höchsten Stand seit fast einem halben Jahr. Gestern die Bestandsdaten, die Lagerbestände geringer als erwartet. Das war positiv für den Preis. Hier sieht es so aus, nachdem jetzt der Widerstand, der entscheidende Widerstand geknackt ist beim Öl, dass die Sache hier weiter nach oben laufen kann. Also ein bisschen Vorsicht beim DAX. Den Euro sehen wir jetzt nach der Drehung gestern freundlich. Ich hoffe, Sie haben einen freundlichen Tag heute. Bis dann. Ciao.